Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge First Class Trouble. Die letzte Folge war ja relativ spannend und auch sehr gut gespielt, muss man einfach mal sagen. Mal schauen, ob ich jetzt diesmal bei Person Read bin. Mal gucken, ich hoffe. Alter, das kann... Nee, komm, ich glaube, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, das glaube ich dir bestimmt. Ja, okay, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe keinen Lust mehr, Mann. Oh, ich habe einen Halbkreis nach unten, mit einem Punkt in der Mitte, einen Strich, unten drunter und einen Punkt ranne. So, meine Fresse. Was? Halbkreis nach unten, Punkt in der Mitte, Strich, unten drunter mit einem Punkt ranne. So. Ich habe einen Kreis. Geil. Ach, Mann, ja. Alter, wie viel runden jetzt schon denn da? Fünf oder sechs? Ey. Sonst war es mal so, dass ich übelst oft Personoid bin, Alter. Jetzt, jetzt gar nicht. Was ist denn da los? Ich will auch mal jemanden töten. Aber ich mache das gleich einfach. Let's go. Oh, die Spritze ist... Oh, oh, die ist da. Okay. Warum schleißt du hier rum? Weil ich... Weil... Damit mich keiner direkt sieht, wenn jemand die Spritze klaut. Alles klar. Es ist karl, by the way. Ja! Pass. Pass. Blau rein. Der mit der roten dann bitte noch warten. Weil Sascha möchte ich ja immer noch. Let's go. Drei, zwei, eins. Ich finde es auch geil, dass dich hier nie einer den Flammenwerfer... Äh, den Feuerlöscher nimmt. Hey, ist ein Feuerlöscher? Wo denn? Na ja, oben, rechts, neben der Treppel hängt immer ein Feuerlöscher. Alles klar, es ist Philipp. Wenn Philipp mich ange... Warte mal, wer hat denn das hier... Hat das hier einer schon gehackt? Nein. Ich war bei Jury. Ich, Christopher, Philipp oder Damien. Jury, du bist safe. Du bist nicht drinnen. Bisher. Erst im Mai mein Leben. Ja. Ich glaube, ich glaube, wir können es reinlegen. Ja, es ist... Hier wird keiner mehr was machen. Wie hast du meine Kippe angezündet, während du liegst? Ey, hauenbelächtig mal hier. Ach man, ey, ist das belastend. Das nächste Mal, Resident. Das ist schon eine Resident-Streak, finde ich. Scheiße auf Resident-Suite. Das ist eine Resident-Streak, Alter. Das ist ja, das ist ja krass. Das, das, das muss ja übel... Also ich hoffe, dass die Folgen trotzdem nicht langweilig sind. Und Garns ist auch mal wieder eine nette Abwechslung. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das muss auch mal wieder sein. Oh, bin ich mal gespannt, ob der... Ob der Damien in die fleischfressende Pflanze läuft. Das wäre so gut, ey. Oh, scheiße, das wäre richtig, richtig gut. Bei wem darf ich mitgehen? Du kannst bei mir mitgehen, wenn... Ich bin safe. Ey. Schnuckelpups. Juri, die gehen wieder zu zweit, oder? Ich möchte kurz anmerken, dass Sascha sich voll aufgeregt hat, dass er nicht personuit ist. Also ist er bestimmt personuit. Ja, ihr könnt mich rausworten, ist mir egal. Macht doch Minuspunkte, let's go. Wo ist er? Nee. Wir sehen. Wer hat Ja gedrückt? Einer der Ja. Wer hat Ja gedrückt? So, ich werde auf... Ich will auf jeden Fall den Scanner mal haben. Ich hab den nie, Alter. Wo gehen wir hin lang? Aber aus! Komm mit. Nee, schon. Nee, warte mal, komm mit. Ach mir. Nee, 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 noch nicht, noch nicht. Wir brauchen den Scanner, das ist wichtig. Es sei denn, du bist es. Es sei denn, du bist es. Komm, mach auf. Ich vertraue dir. Wenn ich sterbe, ist es Philipp, by the way. Ah, ich werde sterben. Ist da ein Lock drin? Was für ein Lock? Hinten durch. Äh, dann mach dich drauf. Ja, komm mit. Pfff. Personoid. Philipp ist Personoid. Philipp ist Personoid. Ich hab ihn gescannt. Du bist Personoid. Ja, dann pick dich. Ja, Christopher, ja, klar. Alter, ist der laut, ey. Dankeschön. Dankeschön. Oh mein Gott. Dankeschön. Alter, war das grad laut. Achso. Ja. Er steht drauf. Gemma gemisst ich und Sommer. Warte, ich hab ne Trophäe bekommen. Benutze einen Scanner bei einem Spieler, wodurch sein Tod in der nächsten zwei Sekunden eintritt. Oh, nice. Wer war das? Da ist doch, glaub ich, noch ein Lock drin. Da ist noch ein Pfeffer im Lock. Du kannst mir vertrauen. Ich hab ihn ja gerade getötet. Ich bin safe. So, ich kann auch gut mit Dingens. Let's go. Also, ich bin doch dumm. Du musst reingehen, Junge. Ich hab doch schon eins. Ich hab's noch. Alles gut. Ich bin gut, was das angeht. So. Hallo? Junge? Ich glaub, er wurde gerade angerufen. Ja, alles gut. Äh, hat dich jetzt wirklich Philipp angerufen, warum du ihn getötet hast? Von Necker oder Juri? Ja, alles klar. Das war Philipp. Nice. Da habt ihr euren Beweis. Let's go. Lass uns mal hier aufmachen. Ich hab mich halt wirklich aufgeregt, dass ich schon wieder resident bin. Es kann halt einfach nicht wahr sein, dass ich zum sechsten Mal... Ich hab schon eine Killstreak, Alter, gefühlt. Das nervt. Ja, äh, also, sorry, aber... Spiel mal danach noch so ein Teil drauf. Ich hab da da... Ah, warte, dann mach ich mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ein Bett lag. Hallo? Ja, okay, gut, jetzt steht hier wieder Philipp drauf, ähm, Damien oder, ähm, Karl. Also, Christopher, die... Christopher und Juri vertraue ich. Euch beiden vertraue ich. Ich frage es, wo ist Karl? Hier? Da ist Karl. Warte mal, Karl war gerade nicht da, ne? Fehlt ne Spritze? Wir müssen zusammenlaufen. Hier fehlt safe irgendwo was. Hat einer von euch noch einen Passenger-Lock, weil hier drin ist meistens eins. Ich hab da drin keine aufgesammelt. Hier oben ist die Spritze noch da. Okay. Ich hab übrigens, ich hab übrigens Philipp, ähm, heimlich gescannt gehabt, weil er hat gesagt, ich sollte noch mal reingehen und das Lock und ich hab ihn jetzt vorerst mal gescannt, der wollte mich bestimmt töten. Safe wollte er mich noch mal töten. Ähm, war ja nicht irgendwo noch so ein Sauerstoff-Ding, so ein großes? Weiß nicht. Nee, da kommt man nicht durch. Doch, da kommt man durch. Hä? Hattest du ein Ding, hattest du ein Ranch oder was? Ja. Äh, hier ist doch. Ähm. Kommt man doch nicht. Christopher. Was denn? Was hast du vor? Ähm. Philipp ist tot, der liegt hier. Ja, den haben wir auch umgebracht, der ist persönlich, ich hab ihn gescannt gehabt. Der ist auch zweimal auf den Box drauf. Ach so, dann lass doch den Part nicht aus. Ach so, ich dachte... Dann machen wir mal hier die Schleuse auf. Hä? Nein, da war ich doch drin, da hab ich doch den Scanner geholt. Ja, aber da drin liegt doch eine Karte. Hä, was ist denn für eine Karte? Ich hab doch eine blaue Karte schon, alles gut. Nee, das, 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 das... Oder? Sollten wir das skippen? Ich weiß nicht. Doch, das skippen wir mal schnell. Oder? Wo sind eigentlich die Juri? Ähm, die, es gibt Punkte, aber ich muss lieber skippen. Leute, was macht ihr da oben? Hä, spürt die Spritze. Meinst du? Ja, die Spritze fehlt, die Spritze fehlt. Wow. Ich glaube, Juri ist es. Es könnte aber auch kahl sein. Warte mal, du warst, warst du die ganze Zeit bei mir? Ich weiß es nicht. Hallo. Irgendeiner von euch hat eine Spritze. Die Spritze fehlt nämlich. Ich war bei dem Ding. Ja, ja, ihr wart da oben. Ich hab gerade alleine das andere Ding repariert. Das weiß ich, ja. Ich war nicht da oben und da oben ist noch die eine da gewesen. Nein, nein, hier über mir direkt ist eine. Aber wir können ja, wir können ja gleich mit dem Lock und so, ne? Das können wir ja gleich noch machen. Nee, da muss das aber erst passiert sein, weil wir auf den Weg gegangen sind, da waren die noch da. Ja, mal schauen. Du bleibst draußen, mein Freund. Warte mal, Juri, du warst die ganze Zeit mit Damien, ne? Ich war bei jedem ab und zu mal so. Okay. Ich hab im Prinzip gewechselt. Hm. Okay. Das war gut, dass ich ihn geheim gescannt hab. Das war sehr, sehr gut. Aber mir macht's, mir macht's Sorge, dass, dass Christopher direkt, ähm, mir macht das irgendwie ein bisschen, mir macht das irgendwie ein bisschen Angst, dass Christopher direkt miterwürgt hat. Das macht er sonst eigentlich nicht. Ich hab ein bisschen, oh, wer hat denn da noch einen Lock gefunden? Da hat gar keiner was von gesagt. Hä, ich hab gesagt, ich hab einen Lock. Ja, ich auch. Was stand denn bei, äh, äh? Der Junge hat es aber auch erzählt gehabt, was er auch erzählt hat. Echt, was denn? Das ist jetzt verdammt hilfreich. Ja, also alles, was ich sagen kann, ich habe keine Spritzen mitgenommen und ich hab allein das eine Sauerstoffding repariert, als der Lager. Das weiß, dass, dass, das weiß ich. Ne, ne, das weiß ich, weil ich war mit, ja, Christopher sagt halt nicht, was bei ihm drauf stand. Ich weiß es aber schon nicht mehr. Ich glaube, es war, äh, Philipp und... Stimmt, das hast du doch rausgeholt. Stimmt, das war Philipp und Juri, äh, Juri, glaube ich. Ja, stimmt, das war so. Und Philipp ist ja schon tot gewesen. Okay, gehen wir erst bitte zusammen das Ding holen. Statt die, statt den Scanner. Noch nicht den Scanner. Bitte. Ich bin safe. Ich hab, äh, den Personil gekillt. Ich will vorlesen. Ähm, Christopher? Alles klar. Ne, 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 ne. Ey! Ja, hallo! Christopher, lass es! Ey, ja, okay, alles klar. Carl oder David? Ja, 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 ja. Folgendes gehört zur gleichen Fraktion. Ja, ja, ja. Warte, was? Ja, dann sind Carl und David ja safe. Ja, dann sind Carl und David safe. David? Damien, meinst du? Ja, 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 Damien. Dann müssen, okay, gut, alles klar. Ich, hallo, ich bin David. Carl, komm mit. Einer, nein, 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 nein. Damien, bitte noch nicht. Damien, du bist safe. Kannst du Skillchecks machen? Sicher. Okay, dann möchte ich, dass, äh, dass du mich da reinlässt jetzt. Okay. Okay, da Carl safe ist, ich bin safe. Einer von euch beiden ist es. Der, der ist nicht... Ey, ich sagte... Was? Ich sagte nur, ich hab geholfen, ja. Deswegen werde ich jetzt Juri ausscannen. Und falls es Juri nicht ist... Ey, ich helfe, helfe, helfe! Nice, nice, nehmt ihn, nehmt ihn! Ich hab ihn, los! Nein, nein! Ich hab ihn, ich hatte ihn doch gerade. Juri, nein! Juri, nein! Alles. Juri, nein! Ich hab ihn, los, 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 bitte, bitte, bitte. Dankeschön. Oh, wir haben es geschafft. Juri, zu mir, nein! Wir haben es geschafft, rüber. Nice. Oh mein Gott, ey. So, wartet, oder ihr könnt doch alle mitkommen eigentlich, oder? Juri, nein! Warte noch kurz, warte noch kurz, Carl. Warte noch kurz. Ja, let's go, komm. Juri, nein! Wir haben es geschafft, Leute. Hunter. Hä? Oh, wer... Leg die Scheiß gleich weg! Nice! Schön, ey! Ich konnte dich drin! Ja, ja, das war, ja, gut. Ich hab erst Christopher gar nicht vertraut, irgendwie. Ich hinterfrage jetzt auch nicht. Weil Christopher, Christopher... Ich wollte aber auch Christopher nicht töten, aber er hat mir so vertraut. Christopher, er wirkt normalerweise gar nicht so schnell, deswegen hab ich das, hab ich ein bisschen gewundert. Ja, das kriegst du auch noch. Juri, ich hab dich mitgenommen. Wir haben zusammen gewonnen, Juri. Ja, wir haben zusammen gewonnen, Juri. Hä? Achso, wow. Ja, alles, alles klar, ey, aber, aber dann, dann war Juri der oben mit der Spritze, die gefehlt hat, okay, nice. Ja, ja, ich war klar, dass du, Damien, warum hast du das nicht gesehen? Du warst doch die ganze Zeit bei ihm, oder? Er ist weggegangen, ich hab mir die geholt und bin dann, äh, mit ihm gegangen. Oh, bruh. Okay, alles klar. Das war wieder eine sehr, sehr lustige Folge. Ich hab mich weg, 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 ich hab mich weggegangen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part von First Class Troubler drin und tschüss.